Stunde der Wahrheit Die Stunde der Wahrheit Oh ja Er hat den Schlüssel Oh ja Wir sind durch Was wird jetzt geschehen? Wo wird uns das hinführen? Warum kann ich nicht zurückblicken? Ja Komm Hier Endlich Jetzt kennst du die Geschichte Wie wir es versuchten Wie wir scheiterten Wie unsere Hoffnung erlosch Außer einer Deine Hand Ein Funke Ein Funke, die Welt zu retten Warte Berühre das Podest nicht Schminava Du? Aber wie Du gingst Und hast das Gerät zerstört Glaubst du denn Es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien Befreien? Juno lebt in diesen Mauern Und wartet auf ihre Freilassung Ich werde es erklären Was denn jetzt schon wieder? Während wir die Welt retten wollten Wollte sie sie stattdessen erobern Sie nutzte unsere Maschinen Für ihre eigenen Pläne Weissagung durch Zahlen Die Existenz folgt einem Die Berechnungen zu verstehen Als die Zeit zu zählen Das war mein Ziel Ich baute das Auge Um uns zu helfen Doch sie nutzte es Für ihre eigenen Zelle Als wir den Verharrt bemerkten Haben wir es beendet Und dann ging Doch zuerst riefen wir dich Damit du es erneut versuchst Wir dachten ohne sie sei es sicher Nun sehe ich ihr Wurm getäuscht Sie überlebte Sie verharrte Und sie begann zu arbeiten Jahrhunderte liefen Tynia und ich durch die Welt Um den Fokken der Zivilisation wieder zu entfahren Wir teilten unser Wissen so gut es lieben Wir waren nicht die Einzigen Und trotz all der Macht, die wir besaßen Würde der Tod uns holen Doch bevor er das tat Wollte ich einen letzten Blick erraschen Ob wir Erfolg hatten Und so bist du jetzt hier Ich hoffte, ihr findet diesen Ort Und vollendet unser Werk Doch es ist zu spät Ihr und die Templer habt über unsere Überrasse gestritten Ihr habt Jahrhunderte vergeudet Und so habt ihr eure Chance verteilt Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten Dessent Du kannst es nur... Sie lügt Berühren nur das Podest Und die Welt wird gerettet Besser die Welt verbrennt Als die da zu entfesseln Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm Aber er wird nicht verstehen Es ist kompliziert Es ist... Zeig es mir Ach du Schande, was ist da los? Löst du auf Minerva Wer die Sonne triumphieren Der Boden wird aufbrechen Und Feuer in den Himmel spucken Die ganze Welt wird brennen Doch das ist nicht das Ende Nur ein Vorbote seiner Ankunft Es folgt Dunkelheit Dann kehrst du zurück Entschlossen Die Grundlage zu legen Damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht Du wirst ein Symbol für die, die überlebten Hoffnung Wissen Entschlossenheit Du inspirierst sie zum Wiederaufbau Zu einem Neuanfang Und mit der Welt Wird auch die Menschheit genießen Doch du bist nur ein Mensch Schwach und stärklich Du verlässt diese Welt Und bleibst nur eine Erinnerung Ein Nachlass Erst gedenkt man deiner als Held Dann als Legende Und mit der Zeit als Gott Das ist das grausamste Schicksal Worte in guter Absicht zu schreiben Und zu sehen Wie sie verfälscht werden Was das Leben ermutigen sollte Wird zum Vorwand es zu beenden Und so siehst du jetzt Das was war Wird wieder sein So sag mir Ist das nun besser? Ach du Scheiße Sie würde dich opfern Sie würde die Welt opfern Und einfach nur Weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will Sie wird deine Rasse versklaven Desmond Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern Und ihre Freiheit Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben Und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror Seit wir sie verließen Unser Geschenk an sie Und du willst es wiederhaben Genug! Du darfst das nicht tun Was immer Juno plant Wie schlimm es heute auch scheinen mag Wir werden sie aufhalten Doch die Alternative Das was du willst Hat keine Hoffnung Befragst du sie Wirst du vernichtet Es wird sehr sehr schnell gehen Und ohne Schmerz Tu es nicht Es ist getan Die Entscheidung steht Dann musst du mit den Konsequenzen Dieses Fehlers leben Und sterben Was ist los mit euch? Verschwindet Ihr alle Jetzt Geht so weit weg Wie ihr nur könnt Komm mit uns Wir finden einen Weg Keine Zeit Sohn Du weißt dass es stimmt Es hat begonnen Ich muss das tun Also geht Geht Das mit was tust du Ach du Scheiße Eine Art global auftretendes Nordlicht So etwas noch nie zuvor gesehen Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomenen Die Bevölkerung auf ihre Wohnungen nicht zu verlassen Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerling Der Nordosten Kanadas erlebt Der Nordosten Kanadas erlebt zur Zeit die schlimmsten Wetterkapri Beginn der Aufzeichnungen Satelliten und Transformatoren fallen aus Während der Sonnensturm immer stärker wird Weltweit wird von Stromausfällen berichtet Scheint zurückzugehen Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet Aber nicht mehr in der vorherigen Stärke Natürlich wird es mehrere Tage dauern Bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein Wir halten sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden Wurden? Vollbraten? Die Welt ist gerettet Hast du deinen Rollen gespielt? Aber nun... Nun ist es an der Zeit, dass ich dir meine Spiele War's das? Ernsthaft? Desmond Miles hat sich geopfert, um die Welt zu retten. Und jetzt geht diese komische, leicht durchsichtige Trullala, die schon ihren Mann vor Jahrhunderten, Tausenden getötet hat, auf die Weltlosen übernimmt die Herrschaft. Das soll das Ziel gewesen sein, liebe Assassinen. Ich glaube schon doch für die Templer. Ach, herrje. Ach, herrje. Ja, wer hätte das gedacht? Leck mich am Arsch, du. Eben noch angefangen mit dem Gedanken, mal gucken, was passiert. Machen wir mal ein bisschen weiter in den Assassin's Creed. Machen wir mal ein bisschen vorankommen. Tja. Und dann sitzen wir hier und schauen auf den Abspann, wie er hier lustig, fröhlich da durchläuft. Tja. Wie ist jetzt unser Fazit von dem Ganzen? Es war auf jeden Fall eine spannende Story bis zum Ende. Mit sehr schönen, epischen Momenten, viele Nebenmissionen. Wir haben jetzt natürlich bei weitem nicht alle Nebenmissionen mitgenommen, die wir hätten mitnehmen können. Als wir das Spiel gestartet hatten, standen wir bei... Also, diese Aufnahme jetzt, heute, standen wir bei 40%. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt von allem, was geht, von allem, was möglich ist, vielleicht knapp die Hälfte. Da fehlen noch Sicherheit einige Federn, die wir irgendwo sammeln können. Einige von Hinkebeins Klunker, die wir nicht gefunden haben. Jede Menge Nebenmissionen, Befreiungsmissionen in New York und ähnlichen. Wir haben, glaube ich, auch dem Volk in New York nicht gänzlich komplett gegen die Pocken geholfen. Und mit Sicherheit gab's da jetzt noch die ein oder andere Kuriermissionen und was weiß ich was alles. Wir haben noch Seeschlachten offen. Also, da ist definitiv noch einiges Potenzial in diesem Spiel, was man noch hätte machen können, um das Ganze noch fürchterlich in die Länge zu ziehen. Ich hab immer wieder Nebenmissionen mitgenommen, weil ich noch Lust drauf hatte und weil ja auch die mit zum Spiel gehören. Wollte es aber natürlich auch der Story wegen nicht übertreiben. Ich hab natürlich nicht damit gerechnet, dass die Story jetzt so schnell zu Ende ist. Ich wollte zwar heute Charles Lee jagen und endlich eliminieren, nach all dem, was er uns angetan hat, aber dass dies direkt das Ende bedeutet, war jetzt so nicht zu erwarten. Dass es bald kommt, war klar, nach der letzten Aufnahme, wo wir schon nur noch den Schlüssel brauchten. Aber gut, ja. Wie gesagt, spannende Geschichte, find ich. Grafisch. Auch einwandfrei. Und da backt das ein bisschen, aber das ist okay. Manchmal ist das mit der Steuerung war das so ein bisschen so ein Problem, dass der hoppla nicht mehr so ganz dahin gelaufen ist, wo man sich das bitte vorgestellt hatte. Aber das ist, wenn man natürlich hier drei Tastenknöpfe gleichzeitig drückt und der Hoffnung springt von A nach B und da ist leider Punkt C irgendwie näher, dann springt er nach C. Gut. Hat uns ein paar volle Synchronisationen gekostet, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so das Ding. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht den Anspruch, volle Synchronisationen zu erreichen. Ich sag mal, wenn man es schafft, versuchen kann man es ja natürlich. Dann ist das cool. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ansonsten. Coole Nummer. Jetzt mal gucken, inwieweit ich vielleicht mit einem der anderen Assassin's Creed weitermache. vielleicht werde ich auch jetzt erst mal meinen Zeitplan ein bisschen gerade rütteln bei den ganzen anderen Projekten, die ich gerade noch am Laufen habe, auch mit den Kollegen von Serie und Gaming und beim Koli, dass man da vielleicht, hoppla, schmeißt alles hier mit einem Bleich durch die Gegend aus reiner Langeweile, da vielleicht jetzt ein bisschen zurückstecken und erst mal das ein oder andere mal ein bisschen langsamer macht. Mal gucken, vielleicht schiebe ich auch als Nachfolger jetzt, wo Assassin's Creed durch ist ein Seven Days to Die hinterher. Mal sehen, mal sehen. Wie gesagt, das müssen wir mal schauen. Jetzt hab ich ja erst mal nochmal eine Woche Vorrat hier. Also jetzt, wo ihr da hier die Folge seht, ist dieser Vorrat natürlich vorbei. Ja. Mal schauen, mal schauen. So, jetzt frage ich mich, wie lange hier die Credits noch durchlaufen. Ich will ihnen ja prinzipiell schon die Ehre geben. Wir haben da ja eine ordentliche Leistung abgelegt und dementsprechend haben sie es auch verdient. Erwähnt zu werden. QC und QA. Und hier auch Dada Manager. Und das Development Team. Musik finde ich auch sehr gut bei dem Spiel, muss ich sagen. Sehr passend, sehr, sehr emotional, sag ich mal. Sehr ausdrucksstark. Ich denke mal gucken, wie müsste man sich eigentlich schon mal organisieren. Muss ich mir mal notieren. Vielleicht. Was kann ich da jetzt noch zu sagen? Technical Artists. Singapur. Was machen die denn in Singapur? Ich spiele doch gar nicht in Singapur. Ich spiele doch im Osten. Und das ist im Westen, nicht im Osten. Und Patrice St-Pierre Blomondon. Test-Coordinator sind Single-Player und Test-Coordinator sind Multiplayer und Functionality-Testers. Ach du Scheiße. Die haben das alle getestet. Da ist ich fröhlich. Funktionality-Multiplayer-Tester. Development-Tester. Jetzt immer wieder Wahnsinn, wie viele Leute hinter so einem Spiel stecken. Und wie viele Leute dann zusätzlich noch kommen, nur um diesen ganzen Blödsinn durchzutesten. Jeder einzelne Funktion zu probieren, dass das wirklich alles so klappt, wie es ist. Dazu folgt der Lockup, aber ich glaube, hier so ein riesen Raum. Der eine macht sämtliche Nebenmissionen von New York. Der andere macht parallel sämtliche Nebenmissionen von Boston. Der dritte sämtliche von Grenzland und so weiter und so fort. Bis zu geknarrt, muss alles gespielt ist und alles getestet ist auf seiner Funktionalität. Plus die Hauptmissionen und so weiter und so fort. Und das im Idealfall alles innerhalb kürzester Zeit. Stellt man sich mal als einen interessanten Job vor, Spiele-Tester. Wenn man gerne spielt, denkt man, oh, das ist ein geiler Job. Die ganzen Tage nur zocken und dafür auch noch bezahlt werden. Aber ich glaube, das kann echt stressig sein, wenn man da ein gewisses Pensum zu erreichen hat. Und wenn man da halt auch gnadenlos alles testen muss, soll irgendwie, ob man... Ja. Wenn man da jetzt Lust drauf hat oder nicht. Wenn man das wirklich hauptberuflich macht, die Frage ist, kann man das überhaupt hauptberuflich machen? Oder sind das freiwillige Leute, wie... Der jetzt teilweise bei den Early-Excess-Spielen bei Steam ja auch so ist, dass man die im frühen Stadium testen kann. Man kann da seine Kritiken zu abgeben. Auf diese Weise wird man ja im Grunde genommen ja auch zum Spiele-Tester. Voice Talents Spanish. Ah, Schatze. Voice Talents Russian. Jetzt sind die ganzen Bekloppten hier. Voice Talents Japanese, Voice Talents Multiplayer. Oh Gott, die ganzen Bekloppten, die da irgendwelchen Kramen gesprochen haben. X-Talents Studios, bla bla bla, und so weiter und so fort. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Vielleicht geht auch die Musik nochmal episch los und es kommen noch ein paar Credits. Meine Fresse, haben die viele Credits hier. Ja, das ist ja... Ah, jetzt kommen noch 3D-Artists und Lied 2D und Artists 2D und Lied 1D und 0D. Und die Eddings haben sie hier auch und Capture Artists. Die Kesschen Orga, die hat die Flecke Ketchup. Im Alleingang. Hier die Musik. Musik. Die Musik. Die Mucke hier. Alles auch extra aufgenommen hier von verschiedenen Leuten. Auch hochprofessionell. Mit Orchester und allem. Wahnsinn, Wahnsinn. French Version. Bin noch keiner. Italian Version. Die German Version bei Mousepower GmbH von Frank Hauz, Förian Köhler. Die Translation Soundstudio hier. Ach, scheiße. Laute Leute. Laute Leute. Studio Engineers. La 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 und auch Projekt und die Vorsilie hier. The Managed Prozedi. U-Tracks MML. Finish version by U-Tracks MML. Dutch version Russian version. Die Russian version ist die, wo man einfach nur durchrascht und dann ist das Spiel für 5 Minuten vorbei, dass die Russian version. Japanese Version Daumen werden nach dem Knochschlitz in die Augen gebaut Und da schmeiße ich wieder mit Stiften durch die Gegend Yeah Ubisoft Limited Familie Chan und die Titos Und noch einer hat getestet Ja Ich glaube ich verabschiede mich einfach ein An dieser Stelle Wer weiß wie lange das hier noch geht Mit den Finnischen und den Datschen Und den Dänischen und den Norwegen und den Swedish Und Ja auch alles noch hier Und die DNA haben sie auch getestet Das ist ja super Von Connor die DNA haben sie getestet Ja Wie gesagt Es war mir eine ganz besondere Ehre Es war eine ganz besondere Freude Es hat mir im gesamten Abgesehen von so ein paar Stellen Wo ich mal so ein bisschen genervt war Das muss halt auch mal sein Eigentlich recht begeistert von dem Spiel Hat viel Spaß gemacht Und jetzt wo es vorbei ist Denke ich mir auch schade eigentlich Hätte jetzt noch ein bisschen länger gehen können Ja und dann muss ich mal gucken Wie gesagt wie wir weitermachen Ich sag an der Stelle einfach schon mal Ein aller herzlichstes Dankeschön An jeden einzelnen Ich würd's auch persönlich machen Aber ich hab grad keinen Zugriff da drauf Und es ändert sich sowieso noch Der sich das hier angetan hat Das ist das angetan Oder der Diese Geschichte hier mit mir Durchgelebt hat Und mit Connor Und ja Dann Bis zum nächsten Oder Einem anderen Projekt Wie auch immer Was soll ich noch sagen Hatte die Ehre Tschüssi Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal